Hallo Leute und herzlich willkommen zu Uppercase, Crashers, aaaaaaah, Hardcore Mode, Hardcore, ich glaube ich nehme den roten, den roten, okay, du levelst diesmal nicht schneller als ich, ich schwöre es dir, nur weil ich das letztes mal getan habe, ist dir eigentlich aufgefallen, ich muss jetzt gerade mal gucken, ich glaube wir müssen hier runter, verrückter Modus, ist das der, geh mal rechts, das ist der verrückte Modus, warte, geh mal rechts, ob da nicht was anderes ist, nein, da drüben ist nur der verrückte Laden, ja, warte, wir können mal in den verrückten Laden gucken, weil der verrückte Laden sagt eigentlich alles, oh mein Gott, da, wie viel das kostet, 3600, ich habe gerade mal 579, ja, da weißt du, wie viel wir sammeln werden an Gold, als ob wir so viel schaffen, willkommen, ist das Jabba da hart, nein, willkommen, Fremder, oh, wie ich mich auf dieses Spiel gefreut habe, ne, Unspaß, warte mal, das ist der Pfeil, ich spiele jetzt mit Controller, ja, ich muss mich gerade mal ein bisschen reinfinden, äh, B, also, wie wechsle ich denn die Waffe, du hast immer nur eine, ne, und was, achso, ich mach das hier mit den Schildertasten, ähm, ne, warte mal, das ist Blocken bei mir, Blocken geht ja auch, ich hab keine Ahnung, was war das, Das war dein Zauberspruch, ja, wie konnte ich das aktivieren, warte, so, damit wechsle ich nur, wie aktiv, oh, achso, so, ach du Kacke, ah, so ging das, stimmt, 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 okay, ich kann mich erinnern, naja, das war dieses Horn, das die Tür öffnet, ne, damit kannst du schaufeln, ach du Kacke, muss ich mich da erstmal, Okay, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist der Pfeil, den haben wir sowieso nie gebraucht, was, achso, Leute, okay, das war auch geil, Alter, ich feiere das hier jetzt schon wieder, du bist einfach fett geworden, nicht mal stark oder muskulös, einfach fett, einfach nur fett, das ist raus, bevor das hier noch ausatmet, das eskaliert, einfach, ausatmet, ja, oh, jetzt hab ich es hier, äh, ja, ah, er braucht zu lange zum Codieren, jetzt haben wir da das altbekannte Problem, Warte, dann müssen wir nochmal, naja, gut, jetzt haben wir es eh schon angefangen, egal, ähm, dann muss ich nochmal, wenn ich das hier so on the way kann, quasi, stehen sie, meine Damen und Herren? Achso, nur zur Info, ich bin wieder dabei, ne? Einstellung, natürlich, ja, 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 der, der seit einem halben Jahr oder so nicht dabei war, ja, ja, ja. Ich geh mal auf, 1024, nein, ich hab's gleich. Ja, okay. Blut, ein, okay. Krieg, Bargred, Heimatschlaf, Schmied. Moment, ich hab's gleich. So, jetzt muss ich das wieder, ähm. Ich muss mal kurz zum Schmied gehen. Ich kann ja nicht weiter ohne dich. Richtig, so, jetzt hab ich es wieder. Ich glaub jetzt, das funktioniert so, ja, das könnte gehen. Ach, du hast ja diese, diese Premium-Weapons oder so. Äh, ja, ich hab ein paar DLCs, 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 DLCs. Ähm, was hab ich denn gerade? Ja, das war vorne, glaub ich. Das, was du hast. Ah, ich mach jetzt einfach mal, also warte, so können wir das ja wechseln, ne? Schön, mein's, glaube ich. Okay. Hey, Steak. Bestimmt verlieren wir gleich eh die ganzen Waffen wieder, wenn wir den Hardcore-Modus anfangen. Das weiß ich nicht, ich seh, warte mal, das ist plus vier. Das ist plus sieben. Das ist gut, Magie. Hier, das hab ich. Das ist du? Ach, das haben wir am Ende gekriegt. Genau, von diesem Magier. Stimmt. Oh, hier ist ein Fisch. Fisch wäre. Ja. Hm. Hier, ich möchte gerne wissen, was hier ist. Das ist bestimmt das Stärkste. Das könnte sein. Naja. Fisch. Fisch kann jetzt erstmal den. Ja, ich behalte jetzt erstmal das Steak. Okay. Das, äh, ich glaube, das ist ganz gut. Das glaubst du. Wah. Und hier nochmal schnell gucken. Hier, das hier. Die hattest du voll. Achso. Na, nö. Da ist das Steak überhaupt besser. Steak F.T.W. Ja, da. So. Okay, dann lass uns raus hier. Aus dem Frosch einfach. Aus dem Frosch, ja. Das war ein Frosch. Speichern. Speichern. Okay, dann. Gehen wir doch mal in den verrückten Modus. Du musst, äh, drücken, ne? Achso, ich muss? Achso. Ja, das ich auch noch. Oh, mein Gott. Jetzt schluck. Wie einfach die Spawn, alter. Warte, geht's hier nicht was? Oh, einfach weiter. Hier, die Musik geht weiter. Die Ball. Die Party goes on. Hier gibt's Bananen. Hey, hier ist das. Oh, mein Gott. Ein Apfel. Ach, nee, warte mal. Wie macht man das denn jetzt? Achso. Ja, okay. Lass uns einfach raus. Ich möchte mich hier nicht mehr blicken lassen. Nein? Nein. Okay. Oh, der verrückte Modus, alter. Der heißt bestimmt nicht umsonst verrückter Modus. Oh, nein. Hoffentlich gibt's... Er hat eine Antenne. Er hat eine Antenne und klaut den Kristall. Oh, Mann. Warum schreibt er uns an? Kann er uns nicht einfach bitten, den Kristall zu hoch? Oder? Hol mir bitte den Kristall zurück von diesem merkwürdigen Zauberer. Ach, da sind wir schon. Achso. Huch. Ähm, irgendwie kommt mir das wieder am Anfang vor. Genauso schwer. Ich weiß es nicht. Das kommt bestimmt noch schwerer. Das heißt ja verrückter Modus, nicht unbedingt schwerer Modus. Nein, guck dir das doch an, wie schwer die jetzt schon sind, alter. Achso, du meinst, die sind schon schwerer? Ja. Oh. Ja, guck dir das doch an. Ja, das stimmt. Wir können ein bisschen mit Magie arbeiten. Wenn ich jetzt wüsste, wie es geht. Das ist eine Coin. Und da ist noch eine Coin. 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 Warte. Was war das, alter? Special Move. Was? Was geht da ab, alter? Das geht. Ach, deswegen wollte ich auch auf Magie gehen. Weil Magie in diesem Fall einfach geil ist mit diesem Charakter. Quatsch, ich hab Feuer, alter. Feuer. Ich hab Blitze. Guck, Feuer. War das nicht irgendwie so ein Stoß, den man machen konnte? Da. War doch was. Dann müssen wir aber nachher nochmal die Waffen wechseln. Warum? Na, weil ich wollte auf Zauberei gehen. Ich habe letztes Mal mehr oder weniger mit Waffengewalt gekämpft. Nächstes Mal werde ich zum Sneaky Bastard Magier gedöhnt. Nee, du hast letztes Mal schon auch Verteidigung. Und, äh, man hier macht. Nein. Möchte ich nicht? Doch, doch. Nein, nein. Doch, mit irgend... Doch. Alter, guck dir das an. Wie die gekriegt werden. Einfach nur. Ja, gib mir einfach die zwei. Ist okay. Ist okay. Na, der eine läuft zu dir. Kannst du mal mehr Level. Ja, ja. Du bist gleich irgendwie tot. Das kann gut sein. Ich weiß nicht, wie man dich realisiert. Also, mach einfach auf. Mach einfach auf. Oh, da kommen noch welche. Mit der Leiter. Hallo. Ah. Okay, lass mich einfach... Lass... Oh. Level 21. Crazy hard, Alter. Crazy hard. Ohne Scheiß. Warum bin ich schon Level mehr als du? Ich weiß es nicht. Du bist immer ein Level mehr als ich gewesen. Weil du einfach dieser brutale Bastard bist. Oh, tut mir leid. Oh, ich hab den geköpft. Ey, das mit dem reanimieren war glaub... Oh. Ja. Sneaky Bastard, Alter. Das mit dem reanimieren war, glaub ich... Je länger du hältst, desto mehr HP... desto mehr HP spart man, glaub ich. Sicher? Ja, ja. Werden wir ja gleich sehen. Wenn ich irgendwelche Knöpfe drücke... Mann, ich hab hier vier Stück. Ja, ich muss doch hier mal ein bisschen grillen, Alter. Weißt doch. Jetzt hast du grillen. Barbecue. Ja, ich komm aber ganz gut klar damit. Ja, jetzt hab ich wieder drei. Von dem einen hab ich wieder geköpft. Die Macht des Stakes. Ja, und nimmst du den einfach rechts nicht. Okay. Oh, okay. Nein, hier nicht. Oder hier doch. Ja, gut, es geht. Hier war das billig, oder? Glaube, ja. Ich zuerst. Ich hab noch 600 und fünf. Ich hab 300. Ja, gut. Wie setzt man nochmal Heitränke ein? So. Ja, man kann nur fünf. Ja. Komm, wenn's schon so billig ist, dann... Ich hab fünf. Ja, so. So. Ach, jetzt kann ich... Ach, jetzt kann ich scalen. Du kannst scalen. Genau, ich bin voll auf Magie gegangen. Oh, weg, wenn doch die Korone ist. Ja gut, dann können wir noch ein bisschen auf Verteidigung gehen, ne? Das wäre vielleicht gar nicht mehr so gut und schlecht. Ich würde mal gerne sehen, wie es bei mir aussieht, aber das kann ich ja erst... Wenn du wieder Level up wirst. Das kommt bestimmt gleich auf. Alter, guck mal, da unten brennt jetzt alles. Das ist bestimmt der Hardcore-Hardcore-Modus. Achso, ich wollte nochmal zurück, wenn's geht. Und nochmal nach einer Waffe mit mehr Magie-Schaden. Also Magie-Schaden. Ja, Magie. Nee, das ist Minus-Magie. Magie, Magie, Magie. Magie. Hier ist eine plus drei. Aber... Kein Plus-Schaden. Ja, das macht ja nix. Ich will ja Magie-Schaden haben. Das ist Verteidigung noch, das ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Ja. Was war das? Plus fünf. Die ist gut. Hier plus sechs. Plus sechs. Die kann ich nicht nehmen. Achso, die ist Level 20? 21. Merkwürdig. Vielleicht hab ich nur die freigeschaltet und wir können die beide sehen. Ja, das kann sein. Das ist Minus zwei. Plus eins. Dann einfach mal plus null. Okay. Okay, nehm ich. Ist gekauft. Ist gekauft. Was ist mit dem? Ich will das haben! Mein Gehirn ist doch plus zwei und plus sieben Sche... Ja, da hatte ich drüber nachgedacht. Aber der ist die hier besser, die ich jetzt habe. Damit laufe ich schneller. Damit habe ich einen Magiebonus und ich laufe schneller. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber wozu braucht man schneller laufen? Fuck, die sind alle so gut. Oh. Na gut, ich nehme jetzt erstmal die. Wie blockst du? Äh, ne, ich mache das mit der Schultertaste. Ich weiß nicht ganz genau. Achso. Achso. Mit STRG. Okay. Bin ich schneller als du? Das können sie tatsächlich sein. Äh, die Giraffen... Die Giraffen machen glaube ich... Äh... Giraffe hilft dir schneller aufzusteigen, ja. Ja, die will ich haben, Alter. Ganz klar. So. Oh, ich mag die Musik einfach nur. Oh, yeah. Oh mein Gott, das geht ja gleich schon los, Alter. Was ist da? Oh, ja, das ist eindeutig besserer Schaden, Alter. Ja, ich halte da einmal drauf und dann sind die Gegner tot. Das heißt, wir müssen die immer so in eine Line kriegen. Beschisse. Wir müssen in meine Line, Alter. Warte, runter. Falsche Richtung. Hey, 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 Kumpel. Vergewaltige den nicht, Alter. T-Bagging. Das ist hier nicht Jugendfrei, mein Freund. Oh. Level up. Nice. Kann ich ja gleich mal gucken, auf was ich gelevelt hab. Stimmt auch Stärke oder sowas. Ich kenn mich doch. Alter, ein so ein Magieball hier, ne. Der macht 74 Schaden. Ja, meiner macht 5. Der ist schon geil eigentlich. Ich lege macht 74 Schaden. Wenn ich mir das so überlege. Dann kommt man eigentlich gut über die Runden, wenn man diesen Magieball immer hat. Und wenn er nicht gerade stirbt. Oh. Okay. Kannst du mir hier hinten mal ein bisschen helfen? Das wäre sehr vorzüglich. Critical. Alter. War gerade so ein Critical-Ding ins Köchen. Hast ihn? Ich hab ihn gegrillt. Hast du gut gemacht. Hier, Diebe. Hilfe, Alter. Ähm. Ich kann nichts sehen. Ach, da oben bin ich. So muss das gehen. Alter, so muss... What the fuck? Alter, wie viele sind denn das? Keine Ahnung, aber wir grillen sie gut. Das war doch noch nie so. Aua. Nämliche Pfeile. Kannst du nicht ab, Alter. Das wäre peinlich in den ersten Levels. Nein. Kannst du nicht ab. Im verrückten Modus ist das vielleicht gar nicht so peinlich. Ich weiß es nicht. Das ist peinlich. Ich hab übrigens neulich mal... Es passt vielleicht nicht ganz hierher, aber das könnte dich interessieren. Was? Call of Duty Ghost gezockt. Ja, das weiß ihr. Ich war ultra schlecht. Hast du es nicht aufgenommen? Nein. Das war peinlich. Hattest du das Problem, dass Open Broadcaster funktioniert hat? Wieso? Doch. Hat nämlich mehrere Gameplayer, dass sie das nicht aufgenommen haben. Nö. Also Open Broadcaster hat bei mir gefunktioniert. Gefunktioniert. Willst du es nicht hochladen? Nein. Willst du es nicht? Wenn du schon sagst... Den hatten wir nie gekriegt. Krieg den. Hau den. Hau den. Tot. Ich hau ihn. Ich hau ihn. Alter. Kommt nicht gleich schon der Epic Boss? Äh, ja. Davor möchte ich mich eigentlich mal nennen. Du bist gleich tot, ne? Ja, leg mich. Ach ne, der nimmt ja automatisch Heal Potions. Ja? Ja, ich kann nicht sterben. Eigentlich. So lange ich Heal Potions habe. Warte. Ich habe mich die übernommen. Okay. Ah, nimm du den. Hä? Meine Güte. Wie die Gegner wegfliegen. So, bist du bereit? Wofür? Ich glaube, jetzt kommt dieser Karren. Ja. Ja, jetzt kommt dieser Karren. Einfach drauf. Oh mein Gott. Ne, du musst den... Äh... An erster Stelle würde ich den Dingern ausweichen. Auch. Ja, stimmt. Du hast recht. Er ist ausweichen. Jetzt. Oder? Ja, jetzt. Jetzt. Jetzt hau drauf. Ich hau doch drauf, Alter. Ich habe den die ganze Zeit verzaubert. What the fuck? Er geht aber nicht. Weg hier. Nee, kann das sein? Ähm... Naja, es geht. Ich glaube, wir sind tot. Nö. Hm, öh. Ach, er lebt noch. Das Dämlichste sind diese Bomben einfach. Quatsch, das ist natürlich schön. Komm, die haben wir doch fast down. Meine Güte. Tot. Bin du oder der Wagen. Der Wagen. Ja, weiter. Nein, warte. Warte, warte. Bleib steht. Nein, es ist spät. Wir hätten eigentlich Folgenende machen müssen. Wir sind schon bei 17 Minuten. So, ja, dann machen wir hier jetzt gleich. Bei dem hier. So muss das gehen. Alter. Kannst du eigentlich nach dem Level ein Level Up machen, ja, ne? Also Skillpunkte. Level, Level Up, ja. Natürlich kann ich das. Nämlich der Clips. Der kann alles. Außer vielleicht Karaoke. Das kann Luca sehr gut. Das kann ich dir nachher mal in WhatsApp schicken. Okay, ich bin gespannt. Hallo, grüße an Luca Dora an dieser Stelle. Du kannst sehr gut Karaoke singen. Ich bin beeindruckt. Jetzt kann ich dir. So, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.